Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Ranked Video. Leute, hier seht ihr aber 2911 Punkte, also noch von dem Video von gestern. Wir versuchen natürlich wieder die ganzen Punkte aufzuholen, weil wir verlieren sogar wieder Gold 3. Also ich glaube nicht, dass ich dieses Season noch Platin kommen werde, aber das ist gar nicht schlimm Leute. Deswegen vielleicht hoffentlich nächste Season. Das wäre auf jeden Fall richtig geil, wenn ich das nächste Season schaffen sollte. Aber egal Leute, ich würde sagen, wir suchen einfach mal einen Ranked. Wir sehen uns gleich wieder. Okay Leute, wir spielen auf Chalet. Meine Lieblings-Map oder einer meiner Lieblings-Maps, sage ich mal. Denn Border finde ich noch richtig geil. Und ich finde auch, warte mal, es ist auch noch so eine geile Map, die ich also richtig feier. Ist zum Beispiel, mir fällt es gerade nicht ein. Nice, dass ich auf jeden Fall auch meine eigenen Lieblings-Maps nicht auswendig kenne. Aber egal, wir spielen auf jeden Fall auf Chalet, sage ich mal, einer meiner Lieblings-Maps. Genau wie Border. Einfach nur, wie ich gerade sehe, wir einfach nur zwei Leute aus meinem Team, ähm, ja, Mikrofon haben. Weil ihr seht da hier, das Mikrofon-Symbol fehlt bei dem. Und bei dem Kollegen fehlt das auch. Also, heißt, ich kann nur von zwei Leuten Calls bekommen. Äh, ja, aber ich hoffe, es geht nicht in die Hose, Leute. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Das wäre echt cool. Keinen Bock, schon wieder zu verlieren, Mann. Und dann bleibe ich einfach mal hier, würde ich sogar sagen. Ich glaube nicht, dass jetzt so extrem schnell einer reinkommt. Nice. Hätte ich mal einen geholt. Hier höre ich irgendwas. Maverick, höre ich. Ja. Maverick. Maverick downst es inside, Baby, guys. One upstas, guys. Okay, einer ist hier oben, Leute. Jetzt mal hier konzentrieren. Firmite ist da. Jetzt wird jetzt mal reingedroht. Es sind aber mehrere auf jeden Fall. Es sind echt mehrere. einer war unten das war der maverick leute das habt ihr gehört wahrscheinlich deswegen ja ich weiß gerade null von wo die ganzen sounds kommen verwirrt mich gerade richtig richtig angst dass einfach einer steht was ich weiß auf jeden fall der maverick ist unter uns aber hier ist auf die frau noch einer deswegen da habe ich einfach nur gerade ein bisschen angst das jetzt in zeit der ja das spray ist unglaublich krass oder ich habe einfach komplett daneben geämmt kann natürlich auch sein glaube ich noch maverick hier ist noch einer irgendwie letzter zeit glaube ich jetzt der außerdem ist gut schön jungs wenn wir auch direkt 2k geholt das hat mich richtig verwirrt ach und übrigens leute viele einige schreiben mir meine kommentare warum ich mir immer so an dem t-shirt hier so anfassen weil das t-shirt zu klein ist und das halt immer so hochrutscht und kennt ihr das wenn das so so weit oben ist da fühlt sich das hier so richtig ekelhaft an also eigentlich nur deswegen nicht weil ich nervös bin oder irgendwas oder weil ich irgendwas anfassen muss sondern weil das t-shirt einfach zu klein ist und ich kein geld habe für ein längeres deswegen spendet bitte leute wer auf jeden fall echt neu ist die ironie hat jetzt gerade jeder verstanden mit dem spenden aber ich sage trotzdem noch mal ganz kurz haben die ein bandit ich glaube nicht also wenn die letzte klasse kein bandit ist aber okay die haben kite ist natürlich schwer die garage aufzubekommen ich glaube das wird echt schwer scheiße mann ich hoffe nicht dass er hier auf jeden fall so ein ding ran schmeißt weil das die halt unter strom gesetzt werden scheiße dass wir auch keine twitch haben mann also wenn die garage nicht unter strom gesetzt wird kann ich da rein aufmachen macht jetzt sozusagen active kite oder was das wäre aber richtig lustig ne macht er nicht ich weiß nicht was die letzte klasse ist deswegen also ich weiß nicht wie wir da reinkommen weiß es nicht weiß es nicht weiß es nicht alles zu ja alle zu das gucke ich das nämlich check ich immer nach immer einschuss in jedes fenster rein und einfach alle geflasht das tut mir wirklich leid und wenn er das jetzt schafft weil die leider davor schade schafft er nicht oder doch nice digger wichtig komm 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 ja hat keinen sinn schade heißt treiburg schade dann müssen wir auf jeden fall jetzt anders rein wir haben echt viel time gewastet muss ich sagen is someone downstairs guys nice für die antwort korrekt aber gut es sind ja auch nur zwei leute die mir callen können deswegen mache ich mir da jetzt nicht so viel hoffnung warum rutsche ich die ganze zeit von der taste ab auch nicht schlecht weiß aber nicht ob da einer roh und das war es mit ihm könnte man hier noch reinkommen am besten könnte man haupt mainstest versuchen nice one is coming behind das habe ich jetzt nicht gewusst dass da auf einmal der jäger nach oben kommt weil ich raus gerannt bin und erstmal überlegt habe na scheiße konnte man jetzt nicht so viel machen okay auf geht's ich hoffe der kann active bandet digger das wäre auf jeden fall echt nice ich habe echt keinen bock dass hier gleich die ganze garage aufgeht deswegen oh maverick cool oh nein maverick macht da unten alles auf och digger junge ist eine gute taktik aber auch voll die noob taktik man tschüssi komm schon schaffst du ah schade glaube es hätte ein bisschen weiter nach rechts schmeißen sollen aber gut war auch schwer das zu prädikten wo die da sein könnten dann glaube ich auch ein glas findet da seine kontaktgranaten will sogar mit silencer auf der mp5 das habe ich auch noch nicht gesehen ich glaube ich habe wirklich noch nie mit silencer auf der mp5 gezockt wirklich noch nie hat er den geholt nein one is coming from blue einer blue also links von dir ich hoffe er weiß wo du es das war ja ich habe es ihm gecallt aber er hat irgendwie nicht gecheckt oder keine ahnung er war komplett überfordert mit der situation er wusste gar nicht was er machen soll ja aber ich bin ja auch echt gestorben wie ein fahrrad man muss ich echt sagen auf geht's leute ich gehe auf jeden fall mal hier oben hallo kann jetzt hier bitte rüber springen die animation hat er so krank gemacht dass einfach schon 10.000 jahre vorher rüber gesprungen trotzdem nicht mal was war auch nice okay das windows offen aber das hat er glaube ich aufgemacht deswegen hier ist auf jeden fall ein widget oben deswegen ich hoffe ich finde den mit der drohne auf geht's treffe ich das loch ja sehr geil okay dann ist der widget ist hier irgendwo und rum sneaker er kommt jetzt gerade zurück ja oder ein kapkan oder was ist das ja ein kapkan ist das das ist aber ein bisschen überfordert mit der situation deswegen push ich den ich glaube er checkt nicht dass ich hier reingekommen bin also hoffe ich auf jeden fall dass es nicht checkt ja jetzt hat das gecheckt ok könnte wahrscheinlich gleich von links vorstelle na komm kapkan ich warte auf dich da ist er down ok da ist noch die cam habe ich nicht vergessen kaputt zu machen ist auf jeden fall noch ein widget ja nice bro da rein gerannt ist wahrscheinlich noch mehr kapkan schaps kann ich mir gut vorstellen deswegen muss ich auf jeden fall aufpassen hier ist keine hier ist auch keine ok dann mach ich mal das scheiß hologram weg ist auch keine hier wurde irgendwas aufgemacht wo ist der ist der hier bar from inside ich weiß es nicht ne das ist hinter der couch ok hat er ihn bekommen ja schön kann man eigentlich also ich wollte es ja gerade probieren kann man den boden hier aufmachen ne kann man nicht schade aber ich kann den hatch versuchen aufzumachen ja also zumindest so ein kleines peak hole rein machen ist ja echt geil na komm schon komm schon kann ich da eigentlich hin ok jetzt müssen wir uns beeilen jetzt müssen wir uns wirklich one upstairs one upstairs one upstairs was macht die elle bei upstairs bei 6 sekunden elle bei upstairs man bruder ich hab's doch gecallt jungen so ein fahrrad man ich hab's doch sogar gecallt dass sie oben ist also ich hatte wirklich solange ich dieses game spiele noch nie glück gehabt mit gewinn wirklich noch nie glück gehabt allgemein mit irgendwelchen random mails hatte ich noch nie glück gehabt man in diesem game zu krass auf jeden fall hauptsache die gegner sind auch einfach die absolut ekligsten ping abuser die ich je in meinem leben gesehen habe alter das ist auch schon wieder so warum 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 kann man das überhaupt einstellen mit dem server wirklich das sollte man das sollte rainbow einfach mal verbieten dass sie das in vier jahren immer noch nicht gecheckt haben dass jeder einfach auf seiner location spielen soll das sind einfach die krassesten ping abuser überhaupt man das ist schon wieder so zählt ohne witz dass ich hier gegen amerikanische leute spiele i'm from canada sieht ihr so schrecklich man echt das ist wirklich schade man was macht er da wie ich den sehe kriegt der gleich so fett net shot scheiß ping abuser warum macht der da ach so da hat er active bandit gemacht wahrscheinlich kommt jetzt auch noch jackal oder wo war ich denn ich hab dings zugemacht ja scheiße man noch digger kommt hier sowieso gleich einer hoch i'm checked der jackal pulls ja die wissen halt sowieso wo ich bin deswegen das ganze jetzt ein kleines bisschen problem ist aber immer noch keiner ich höre hier aber einen links auf den stairs ich höre hier aber einen das bilde ich mir nicht ein ist hier unten einer nee garage auch nicht ich komm mal helfen jungs seht ihr halt keinen deswegen so eins gegen drei okay leute dann auf geht's würde ich mal meinen erstmal machen wir das hier aus wie das auch mal ausgehen würde so ich versuche es einfach was anderes bleibt mir sowieso nicht übrig so auf geht's dann planten wo haben die aber geplantet also auf b auf jeden fall auf jeden fall ich hab nie glück mann ich hab nie glück in diesem game mit mates es ist wirklich krass mann okay leute ich würde auf jeden fall sagen wir sind gold 3 und wir haben gegen die krassesten ping abuser gespielt ja echt sad aber ich würde sagen wenn es euch trotzdem gefallen hat lasst einen daumen nach oben da wir sehen uns morgen wieder macht's gut haut rein leute peace ja